Wir sind schon wieder so weit, dass wir in der Aufnahme singen. Juhu. Äh, äh, du hast gesagt. Ich habe nur einen Satz gesagt. So, und du schreibst es demnächst einen Aufsatz, warum singen in einem der Säen nicht toll ist. Nein, schau, Schütze, was ich für das Klasse-Foto durch das sexy Klasse war gewaschen. Oh, der Todesritter ist eine See und heißt Hox oder Höx, wenn man den Aufsatz über den O sieht. Nicht Knochenjocke. Gott, Knochenjocke. Ja, mein Todesritter, äh, noch kurz das angehört. Knochenjocke. Und da kommt ein Haufen Zeug, oder? Ja. Da kommt der Hohle nach oben, verteidigt den Damen. Ja. Ihr kommt nicht vorbei. Ich muss mir nur aufpassen, wenn ihr nicht runterfällt. Versehentlich. Ich hoffe. Ups. 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 Hey, jetzt fängt die da an zu lecken. Hier sind die Tentakel, deswegen leckts. Das würde bestenfalls die Framerate beeinflussen. Die Tentakel sind schuld. Oh, da war ich auch gebohlt. Ich hab's gesehen. Ganz genau. Judas. Früher war das hier die Lieblingsstelle von den Heilern. Ja, Mana wieder auffüllen. Aber nicht nur von den Heilern, auch von gewissen DDs, die damals noch Mana abhängig waren. Stimmt. Heutzutage ist das ja kein großes Ding mehr. Heutzutage ist das ja kein großes Ding mehr. Heute hat jeder DD irgendwie seine Mana-Rack-Skills, die ihn daran hindern, umzugehen. Fähigkeiten brauchen teilweise auch viel zu wenig Mana, um den DD nicht gehen zu lassen. Ja. Wenn ich den Paladin sehe, die seine Fähigkeiten sind ja echt wirklich... Die brauchen zwar noch Mana, aber dann sind das so 1200, 1300 Mana. Bei mir bewegt sich das bei meinem Shami alles mehr oder weniger im dreistelligen Bereich. Der einzige, der da wirklich viel Mana kostet, das ist mein Toten des Sturm Elementars. Der zieht mir ungefähr ein Drittel von Mana ab. Das ist mein teuerster Zauber auch. Alles andere ist ziemlich ein Kleinkram. Alles andere ist ziemlich ein Kleinkram. Das ist 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 ein Kleinkram. Ja. Ja. Ich nehme diese Betäubung hier. Äh, warte mal, wo ist, wo? Wo ist was? Ach, ihr seid da hinten, was ist da los, Leute? Ich hatte nur Sichtbrechung, okay. Immer mein Bessel, das auf ihn verschwenden. Sehr froh, dass du jemanden hast, den du es benutzen kannst. Ja, in den wichtigen Momenten denke ich ja nicht dran. Zehn Minuten. Zehnus Minutos, was? Wenn du es auf Spanisch haben willst, die ersten Minuten. Will ich nicht auf Spanisch haben. Tentacle Rape. Uuu, ich fliege. Pale. Hast ja, du hast, euer Biss. Tentacle Rape. Du hast. Du hast ihn 그다음에. Huft. Ich weiß nicht, irgendwo steckt mein Wichtel fest. Aber du siehst, dass er noch da ist, hm? Ja. Da ist ein Baum. Ja, das macht ein gutes Let's Play aus. Qualitativ hochwertige Kommentare wie, da ist ein Baum. Mhm, auf jeden Fall. Da ist ein Baum. Der haut mich. Das war's, bin tot. Wann das kein anderer machen? Ich geh da mal. Job done. Wichtig. Wir haben eine Hexe gefunden, dürfen wir sie verbrennen? Ja, der ist geil. Oh, wir haben Besuch. Yay, Besuch. Kommt der jetzt her. Ich hab leider kein Def-CD. Und mein Baum ist leider... Der schwule Bagia war's, der Bagia war's, ich weiß nicht. Beim Baum hat CD und hier ist alles verlängert und, äh, ja, das war ne Handauflegung. Wozu hab ich den Skill auch, hm? Oh, Glück gehabt. Gelassenheit hast du noch nicht, oder? Nee. Sonst hätte er dich, glaub ich, gezogen. Hm. Waage ich mal zu behaupten. Ja. Wann kriegst du die eigentlich? Buche gerade. Gelassenheit. 74. Also, noch... Auf zwei Level. Zwei Level. Eher noch eins, oder? Müsstest auch kurz vor Level ab sein, oder? Ja, ich bin kurz vor Level ab. Mal gucken. Ah, ich kann ja hier noch ne Quest abgeben. Was kann das sein? Ah, ich liebe es. Was gibt's denn hier? Schleder schultern. Okay. Jetzt bin ich ein Bär. Jetzt nicht Bär. Oh. Ihr Zeug. Ach. Da ist ja auch unser Todesritter nur noch drin. Irgendwann, dann lass mal rausgehen. Aber erst mal. Okay. Oh, der hat jetzt auch schon den ganzen Grad nicht mehr gereicht. Na gut. Dann geh mal raus. Das ist echt bedauerlich. Ich bin nämlich sehr, sehr kurz vorm nächsten Level. Kann das sein? Ich bin bei 50%. Wo hast du dich genau ausgeloggt? Ah. Ähm, in Sturmwind. In nem Gasthaus oder außerhalb von nem Gasthaus? Ich stand im Gasthaus. Okay. Ja, weil... Hätte ich sonst vermutet, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Erholtbonus gehabt hätte, wäre es bei mir zwar auch schon weg, aber... Ja, ich hab noch Erholtbonus, und der ist noch nicht in Reichweite. Und ich habe mich hier im Gasthaus ausgeloggt. Komm schon, gib uns... Äh, Aktionärub. Ja, Aktionärub wäre mal cool. Cool. Solltun cool. Ich sehe schon, komm, jetzt kommt gleich wieder Burg-Ut-Garde. Dann habe ich noch den ersten zwei Mobsen Level-Up. Burg-Ut-Garde, meinst du? Hm. Ding. Da hat ein DT abgelehnt. Mein Gott, ich habe mich zwar für diese Warteschlangen angewählt, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Aktionärub. Bei solchen Leuten, wir können mich mächtig am liebsten durch den Bildschirm lang und ihnen so eine richtig so eine Stelle geben. Oh. Paste, verlorenen Geister entdeckt. 1120 Erfahrungspunkte, Level-Up. So geht's auch. Vergesst die Eier nicht. Neuer Dungeon freigeschalten, violette Festung. Sie haben zu mir gesagt, ich könnte alles werden. Ich wollte eine Magnetspiebelbahn werden. Bei uns gibt's heute Hähnelschenkel. Bei mir gibt's heute Spontanes, was lecker aussieht, kaufen und mitnehmen. Halt andersrum mitnehmen und kaufen. So mache ich das in der Schule jetzt auch immer. Ich komme nämlich in der Früh auf dem Weg zum Klassenzimmer immer im Kiosk vorbei und da kaufe ich mir auch immer irgendwas, was gerade gut aussieht. Das ist eigentlich eine Abkürzung, sonst ist das Kiosk. Du frühstückst? Seit neuestem wieder, wenn ich so um halb acht aufstehe, mich fertig mache, unterwegs am Kiosk vorbeikomme und dann ins Klassenzimmer gehe und dann meinen Unterricht. Voll Mainstream, Alter. Ja. Frühstück, liebe Welt. Normalerweise auch, aber wenn ich um halb acht aufstehe und dann erst mal sechs Stunden Unterricht habe, dann brauche ich ein Frühstück. Weißt du, was geil ist? Ich kann ja länger schlafen, weißt du. Musst du erst um neun anfangen, oder was? Ich glaube, wir geht zum neun erst los. Das war ein Chaos-Blitz. Der war schön, ne? Die sind unverkennbar, die Chaos-Plätze. Wunderschön. Ah ja. Oh, das habe ich zu spät getrennt. Nicht vergessen, den Boss zu looten. Oh, ich habe echt daran gedacht, den zu looten. Int-Platte. Ich bin kein Heal-Parler. Du könntest mal wieder buffen. Oh ja. Ja, das könntest du. Oh, du. Eduard. Also, exakt mit Level 73 hören wir wieder auf. Ich bin doch schon 73. Ja, wenn ich Level 73 bin. Ich bin zurzeit das Maß aller Dinge. Aha, du bist das Maß aller Dinge. Ja, letztes heute mit dem Dennis und beim John Geburtstag gefeiert, ne? Ja, ich weiß, dass... Ah, ich bin angelauschen. Da ist der Johnny auch kurz vorher nochmal zu mir gekommen, um sich seine Romy-Karten abzuholen. Ja, da war ich schon da. Ich hatte nur keine Lust mitzulaufen. Ja, weil Jesse die Romy-Karten vergesst hat, dann habe ich es so gemeint, ähm, John, die von deinem Opa liegen noch bei Kilian. Ich bin bewegungsunfähig. Wir sind unfähig, yay. Nein, Mann! Leute, hättet ihr dir nicht zwei Sekunden länger leben lassen können? Wem? Ja, das ist so ein verfickter Chaosblitz durchgegangen. Ich bespuck, ich bespuck einfach den Hunter. Spucken, 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 Spucken. Was haben wir denn? Die Lederbeweglichkeitsstiefel. Auf der Skelett? Ja, verdammt. Da-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup. Kriege ich jetzt eigentlich irgendwelche lustigen Skills die nächsten Level? Ah, mit 75 kriege ich einen Wächter der Urheilten Könige. Wir kriegen jetzt eigentlich 70 einen bämonischen Zirkel, aber davon dürfen wir noch skillen auf 75, ui! Neue Talentpunkte, neue Glyphen. Der letzte Glyphensatz kommt ja dann noch schön dazu. Irgendwo auf dem Sprung nach unten ist mein Wichtel verreckt. Vielleicht hat er sich einfach nur in den Königreich verlaufen. Ja, ihr slägt schon wieder. Ich muss mal schauen, wie lange wir jetzt dann überhaupt schon aufgenommen haben. Schaue ich mal nach dem Boss. Krissi, kommst du noch rein? Moment, ich hab bloß kurz was schreiben müssen. Ja, weil sonst spult der Mario gleich wieder. Warum Makro? Noch ein Schmackro? Naja, lass nur durch den Bespuck in den ganzen Kampf über. Nein, Mann, echt jetzt. Ach denn? Der kommt hoch und stirbt. Hast du ihn noch zugedottet, oder was? Naja, mein Feuerbrand kam noch und, ja. Oh, verdammtes Wache, hast du ja auch draußen. Ja, die ist gleich wieder weg. Hält doch eine ganze Minute, oder? Oh, hab ich gar nicht gesehen. Meine Fresse. Okay, auch noch loob. Jetzt müssen wir noch warten, bis der Mob da runterkommt, damit wir den Request bei ihm abgeben können. Und ich schaue in der Zwischenzeit mal. Eine Stunde, 21 haben wir bis jetzt. Der geht noch viel zu schnell. Der muss doch langsamer sein. Hm, definitiv. Hm. In Wirklichkeit wieder mal, ey. Das ist so. Ja, ich hab jetzt zwar wieder Platte, allerdings weiß ich nicht, ob Crit oder Ausweichen besser ist. Aber es ist mehr Stärke, mehr Ausdauer drauf, nehm ich einfach mal mit. Oh, ich hab ja hier noch ein paar Beutel. Hm. Was haben wir hier noch? Handschuhe. Ja, mehr Stärke, nehm wir mit. So, und raus hier. Und raus hier. Und raus hier. Und raus hier. Vielen Dank.